Wir kommen zu unserem Podcast, rechts von mir hockt Arjan, links von mir hockt Matschi und zusammen sind wir Matschari. Und Matschi, was hast du heute so schönes gemacht? Ich hab den ganzen Tag Minecraft gespielt, ich war in einer Höhle. Echt jetzt? In einer Höhle? Ja, ja. Mir fällt gerade sowas ein, was auch so ein höhlenartiges System hat. Was? Es gibt einen Felsenkeller in Schwandorf. Es gibt einen Felsenkeller in Schwandorf. Wusstest du, dass er über 130 Keller insgesamt hat und ca. 60 davon frei zuwendig sind für Touristen und Besucher? Was? Eigentlich wurde er errichtet, um Bierfässer kühl zu halten. Maximal sind da 10 Grad über dem ganzen Jahr hinweg. Ist das nicht ein bisschen kalt? Ja, schon, aber du kannst den Ort ja auch mit einer Jacke besuchen. Aber damals wurde es auch für Lagerräume verwendet und zum Beispiel auch Lebensmittel drin gelagert. Aber es gibt auch eine krasse Geschichte von drei Kellerdieben. 1931 gab es drei Kellerdiebe, die sich innerhalb von ganzen eineinhalb Jahren daran bedient haben. Sie wurden Gott sei Dank 1932 erwischt und zur Schande gefesselt und durch die Stadt geführt. Hey, Adrian, weißt du was? Ich glaube, ich hatte das mal in der Schule. Kann das sein? Ich glaube schon, war es nicht irgendwie so, dass diese Diebe Löcher in die Wände geschlagen haben? Ja, ja, das war so. Und die haben doch so viele Tunnel gemacht, dass es ein Labyrinth wurde, oder? Ja, ja. Wurden sie dann nicht als die Schöpfer des Labyrinths gesehen? Ja, ja, du hast recht. Ich habe dir eigentlich schon vom eindrucksvollsten Keller im ganzen Kellersystem erzählt. Im welchen Keller? Der heißt der Dom. Dom. Er ist acht Meter hoch und wurde von einem Privatbrauer gebaut. Warum? Warum? Warum acht Meter? Weil er wollte einen eindrucksvollen Keller erschaffen, der acht Meter hoch ist. Ach so. Es gab in dem ganzen Kellersystem überall Inschriften, die in Form eines Bierfasses eingepresst wurden, die einige Jahrhunderte alt sind. Und warum hat er das gemacht? Damit sie sich verewigen wollten. Es gab haufenweise Leute, die ihre Keller als Familienerbstück weitergeben wollten und somit auch Privatbrauer, wie der gerade eben genannt, seinen Stempel abgegeben hat. Also einfach verewigen, ja? Ja. Matsche, legt den blöden Controller weg und komm mit mir in den Keller. Bro, ich komm mit. Okay, los. Also danke fürs Zuhören. Ich hoffe, wir konnten euch etwas beibringen. Das war unser erster Podcast. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was lernen, auch wenn es ein bisschen humorvoll gestaltet war. Ja. Ich hoffe, ihr konntet auch ein bisschen was lernen.